There's a lot of things I love about Hitler. Den Rest machen wir in der Post-Production. Das geht schon. Welche Post-Production, ne? Ja. Seien wir mal ehrlich. Ja, aber das ist so ein geflügeltes Wort von den Journalisten. Ach, Journalisten. Siehst du, mein Hirn ist richtig kaputt, weil ich mich so freue, dass du da bist. Ja. Von Regisseuren, die sagen dann, ah, we'll fix it in post. Weißt du, wenn irgendwas nicht klappt, das macht hinterher, das macht das CGI wieder gut. Okay, also Bright.Internet ab jetzt mit CGI. Ist so. Wofür steht in CGI nochmal? Computer-Generated Imagery. Warte mal. Wofür steht in USB nochmal? Oh, das habe ich. Universal Serial Bus oder so. Mhm. Aber da gebe ich nicht drauf fest. So, CGI. Sind wir eigentlich schon drauf und googeln hier, aber CGI ist geil. Also, hallo Leute. Na, heute ist Chaos-Folge. Computer-Generated Imagery. Was redest du da? Wir haben nur einen einzigen Frame-Imagery und du machst hier Audio. Das wäre CGI. Ich mache CGI, ja. Computer-Generated Audio-Re. Ich glaube, dieser Podcast wird eher CGI-A. Ja, und mir ist das hier schon wieder viel zu viel Audio. Ich gehe gleich wieder. Okay. Da habe ich dir aber wieder einen reingetalkt, ne? Ach, weißt du, die besten Gags sind die, die maximal drei Leute verstehen. Ja. Ja, schön. Ich wollte ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja. Jetzt reden wir mal über Feminismus. Die Hörer wissen ja, wenn ich reinkomme, ist immer so ein bisschen, ich bringe ja immer so noch den Spirit vom Badumcast mit. Ja. Und deshalb bringe ich jetzt hier wieder ein bisschen Neuerung aka Chaos rein. Ich würde sagen, wir machen die Wochenbewertung mal am Anfang. Okay, verrückt. Also ich würde es jetzt, ich würde es nicht zu hoch machen. Du bist sowas von outside of the box thinking. Du wirst niemals wissen, ob die Katze darin tot oder lebendig ist. Ne, wir sind doch inside the box, wir sind doch auf der anderen Seite outside the box, weil wir werden die Wertung machen, wenn die Brennpunktfolge gar nicht mehr läuft. Ah, okay, gut. Wir können es auch mal machen, dass wir die Bewertung geben, aber das nicht aufnehmen beziehungsweise nicht ausstrahlen. Mhm, doch. Dann können die Leute nicht sagen, ey, ihr habt die Woche nicht bewertet. Dann können sie sagen, wir, doch, haben wir, aber wir haben es halt nicht drin. Die werden sich wundern. Also ich glaube, Tino wird sich auch wundern, aber das hat er davon, wenn er jetzt schon wieder krank ist. Wenn jetzt hier halt chaotisch ist, dann ist das so. Naja, das Übliche, ich bin Tino, ich bin krank, ne? Achso. Äh, meine Stimme und, äh, das ist alt, ne? Ja, okay, ja, ja, okay, ja. Ja, gute Besserung an der Stelle, I guess. Genau, ja, ich glaube, der züchtet sich, äh, so eine Weiterentwicklung von Long-Covid oder so, das ist dann Longer-Covid, Longest-Covid, Schlong-Covid. Oh, vielleicht, äh, vielleicht hat er ja, vielleicht hat er ja das RS-Virus. Oh, ja, das ist ja in aller Munde oder in aller, ja, Organismus. Es ist in den Munden von, von Kleinkindern und, und Babys größtenteils, aber jetzt offenbar auch von, äh, Tinko. Die Frage ist, kommt er jetzt auch auf die Kinderklinik und verstopft die? Und die Frage ist, wenn der Erwachsener auf die Kinderklinik, äh, der verstopft die Kinder, wenn der Erwachsener in die Kinderklinik, äh, kommt, braucht er dann mehr Betten, weil der nicht in ein einziges reinpasst? Ja, der wird die so quer stellen und dann drei Betten hintereinander. Macht er so die Beine hoch, währenddessen sterben so voll die hustenden Kinder. Ne, ich lieg jetzt hier. Ja, was geht man der Woche? Ach, ich würd sagen, so... Echt nicht viel, oder? Ne, wirklich nicht. Ich mein, ich mein, für, für, für Fußballleute ist das jetzt irgendwie, denke ich mal was, aber das sind wir ja nicht. Naja, das, das wollen wir ja jetzt nicht schon spoilern, was die Woche passiert ist, aber es waren nicht so viel. Ja, würd ich sagen, zwei bis drei halt echt. Oder wir machen mal richtig crazy eine Eins. Ne, das nicht, weil dafür war eine Sache zu groß, die können wir ja schon mal anteasern, die Kanye West-Sache, die ist halt richtig eskaliert diese Woche. Ah, ja, na gut. Also ich würd schon, schon mindestens bei der Drei bleiben. Okay, dann nehmen wir die. Vielleicht entwickelt sich auch in Folge des Podcasts, dass die zu niedrig ist, who knows. Aber zu hoch. Wir werden sehen. Wir können ja, wir können sagen, wir geben der Woche eine Drei. Und wer jetzt halt wegschaltet, um, keine Ahnung, wir hatten es ja vor ein paar Wochen, um jetzt Ulti zu gucken oder so, wobei der kommt erst in zehn Minuten, der ist halt selber schuld, weil er nicht die tatsächliche Werte bekommt, sondern nur die mutmaßliche Bewertung. Aber erzähl doch mal, was war da denn los? Oder nee, wir machen das anders. Fang mit dem an, womit du eigentlich anfangen wolltest. Ja, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Liebe Leute, ja. Hier sind Herr Ronko und auch nur Ronko. Genau, und ich habe keine Atemwegserkrankung, soweit ich weiß. Geil. Endlich mal, endlich mal mit Profis zusammenarbeiten. Ja. Ja, also, guck mal, wir haben nicht so viele Themen. Wollen wir nicht erst darüber reden, dass irgendwie Schnee liegt hier bei dir nicht? Nee, bei mir liegt nur Müll, wie immer. Okay. Aber so Weihnachtsfeeling hast du, ja? Äh, total. Also, mein Herz ist erfüllt mit Jesus Christus und Ton. Ja. Verstehe jetzt auch wieder nur vier Leute, ist geil. Ja, das war jetzt auch die Woche, ne? Dass ich, dass ich, also, ich habe einen YouTube-Channel immer wieder hervorgekramt, auf der eine Ex-Freundin von mir vertreten ist, die, ähm, die, ja, ich will es gar nicht Kult nennen, das will ich mir nicht anmaßen, aber die halt auf so einer, in so einer Kommune lebt, die eine YouTube-Präsenz haben und die Jesus gut finden und ein 10 Meter hohes Kreuz im Hinterhof stehen haben und da brennend drumherum tanzen und, äh, ja, Jesus. Ja, das war ganz witzig, also dieses, dieses, ähm, wie sagt man, äh, nicht Merchandising-Video, sondern, ach, fuck, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Image, ein Image-Film. Image-Video, diesen Image-Film hast du mir ja gezeigt. Ja. Merchandising-Video finde ich echt auch gut. Ja. Und ganz am Ende laufen die mit so brennenden Eimern auf dieses Kreuz zu. Ja. Und da denkt man sich natürlich auch nur seinen Teil, ne? Ich hab dir dann, ich hab dir dann, ich hab dir dann, ich hab dir dann, ich hab dir dann gleich kommen die weißen Kapuzen. Weißen Züpfelmützen aufgemalt und dann dir geschickt. Ja. Ja, witzigerweise heißt der Kanal auch ein kleines bisschen wie so ein, wie so ein Ereignis, das ja stattgefunden hat, was kein Mensch leugnen darf und, äh, das, das hat natürlich auch alles ein Bild ergeben, also es war dann witzig. Hm. Wenn man so will. Natürlich nicht witzig. Das ist ganz witzig, wenn Ereignisse stattfinden, geschichtlicher Natur. Ne, aber wenn so ein, wir lieben Jesus Christus-Kanal mit nur ganz wenigen Tweaks plötzlich, äh, wie ein absoluter Hardcore-Nazi-Kanal wirkt. Ja, gut. Das ist witzig. Warum muss ich dir mal alles erklären, weißt du? Ist egal, mach. Ist ein Gag. Ne, erzähl du. Äh, ja, und da, spätestens da, als ich dann da irgendwie 2000 Leute gesehen habe, die sie das Wort Jesus formen, da ist mir dann so richtig weihnachtlich geworden. War das jetzt ein Lachen oder ein Husten? Ne, ich hab mich am Kaffee verschluckt, wie einige wissen, die mich näher kennen, ich bin zu dumm zum Trinken. Ah, okay. Machst du das beim Kaffee auch so, dass du den Kopf so ganz weit hinter lehnst, damit du ja nicht, äh, den Rand der Tasse berührst, sondern dass du einfach nur so reinlaufen lässt? Das geht hundertprozentig schief, nein, das mach ich nicht, aber das können wir gerne bei Zeiten mal ausprobieren. Aber mit Flaschen machst du das doch immer so. Mit Flaschen mach ich das ganz oft so. Dass ich die zum Beispiel ganz weit oben am Flaschenhals nehme und dann nur den Daumen an der Lippe anlege oder so. Das mach ich hin und wieder. Weil ich immer, naja, weil ich immer denke nicht, dass da doch irgendwie ein Hustenkeim auf den Flaschenhals kommt oder so, oder wenn da halt noch jemand anders draus trinken möchte, weiß man ja immer nicht. Ja, vielleicht sollte Tino das mal so handhaben. So eine Gewohnheit. Also glaubst du eigentlich, dass das gerade viele Menschen interessiert, die ich trinke? Sonst hätten die an diesem Punkt ja schon abgeschaltet, aber sie hören ja noch zu. Stimmt, so kann man immer argumentieren. Wir können die größte Scheiße produzieren. Immer mit dem Argument, ja, wenn es wirklich keiner gucken würde, dann würde es ja bis hierhin keiner gucken. Ja, ist so. Scheint ja interessant zu sein. Ey, ich frage euch, warum sich die Leute überhaupt Mühe geben mit ihrem Content. Man kann ja alles machen. Ja, an dem Punkt, wo es scheiße ist, hat man die Leute ja schon dahin geholt. Ja, easy. Ne, ich finde das okay. Es ist Weihnachten, der C Dezember hat angefangen. Da kann man auch so mal ein bisschen wieder Podunkas Stimmung hier reinbringen. Ja, hast du einen Kalender? Einen Kalender habe ich. Pass auf, da gehe ich hier am Desktop unten rechts, drücke ich da so drauf und dann sehe ich, oh, Dritter, samstags heute. Ja, aber der zeigt nicht die Kalenderwochen an. Das ist das Dümmste an Windows. Egal, kommt auch Schokolade raus. Stimmt, stimmt. Hat der nicht. Der kommt auch mit Schokoladenkalender einher, den ich natürlich von Mutti bekommen habe. Also, das ist eine Tradition, die wird wahrscheinlich nie beendet werden. Ganz witzig, unten in der rechten Ecke von diesem Kalender steht Windel. Hast du ganz kurz, hast du gerade bei Wird nie enden, hast du da jetzt gezögert in dem Wissen, dass deine Mutti irgendwann stirbt? Ach, geh doch jetzt mal. Es ist Weihnachten. Jetzt habe ich es gar nicht. Der ganze Weihnachtsspirit kaputt gemacht. Ja. Genau, du hast jetzt keinen Kalender, oder? Hast du irgendwie jeden Tag, machst du in Dortmund ein Nachbarsfenster auf und holst die Leiche raus, oder? Nee, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe mir so einen Kauflandkalender, also einen bei Kaufland geholt. Zweitens, zumindest habe ich GF auch einen mitgebracht. Ja, Kaufland, die haben schon die ein oder anderen Schnapper, aber das ist so weit draußen für mich. Ja, bei mir ist das quasi um die Ecke, Wohnortlieg. Nicht, dass jemand sich denkt, oh, jetzt komme ich unbedingt mal nach Dortmund. Ja, aber das Ding ist, man geht da vielleicht mit mehr Geld raus, aber halt auch jedes Mal mit psychischem Schaden. Wenn man ins Kaufland reingeht, kommt man mit mehr Geld raus. Wenn man es richtig macht. Das ist ein Geschäftsmodell in Dortmund. Ja, Leute, wenn man Pfand abgibt, haben wir gemeint. Ja, interessant. Ja, bei dir hat es geschneit, ja. Ich habe diese Woche noch einen kleinen Instagram-Post gemacht, wie ich in einem Keller skatete und dann hat eine dir bekannte russische Zuschauerin meinerseits gefragt, ob ich Erlaubnis habe, da reinzugehen oder ob ich illegal bin. Und da ist mir das nochmal so bewusst geworden, wie viele Dinge ich einfach tue, ohne da groß drüber nachzudenken, dass das halt Hausfriedensburg oder sonst was ist. Ich gehe da halt einfach rein. Ich meine, ich tue ja keinem was. Ja, das spielt ja auch ganz, ganz viel gesunder Menschenverstand eine Rolle. Also ich glaube nicht. Oder halt Kulanz. Weil wer würde sich überhaupt die Zeit nehmen, dieses Urteil zu sprechen? Ja. Weil du da in diesem Parkhaus warst. Also klar ist das sicherlich irgendwie formatgebogen. Nee, nicht Parkhaus. Nicht der Parkhaus. Das Parkhaus-Ding, das ist ja nochmal eine andere Sache. Ich meine wirklich ein Keller. Ja. Also von... Von so einem Wohnheim oder von einem Privat? Ja, von einem Wohnheim. Also es ist natürlich jetzt keine private Wohnung, in die ich da einsteige, aber es ist trotzdem genau genommen diese ganzen Fahrstuhlvideos, die wir damals gedreht haben, das ist ja auch alles in erster Linie erstmal Hausfriedensbruch gewesen. Nö, muss es glaube ich nicht sein. Ich glaube Hausfriedensbruch ist erst, wenn wir des Hauses verwiesen werden, sonst sind wir ja möglicherweise Gäste oder nicht. Sind wir Gäste, wenn wir nicht eingeladen sind? Na gut, warte mal, damals war das noch anders. Damals war das ja immer offen. Das habe ich gerade nicht bedacht, weil jetzt ist das so, du kommst wirklich nur rein, wenn du so einen Chip hast. Oder andere Wege. Früher sind wir doch auch nur mit jemand anderem rein, oder? Ach stimmt, also war das doch so. Naja, dann sind wir halt wahrscheinlich eher keine Gäste, oder? Das ist eine interessante Rechtslage, aber ich glaube, wenn wir da rumlungern, dann kriegen wir... Also meine Annahme, vielleicht ist ja jemand Jurist oder so, ist, wenn wir da drin rumlungern und da drin irgendwie was machen, ist das so lange legal, bis jemand mit Hausrecht sagt, verschwindet. Schätze ich. Geil. Aber haben dann die ganzen armen, verlorenen Seelen, die da wohnen mussten, in ihren Gemeinschaftsbädern und Gemeinschaftsküchen, haben die Hausrecht oder hat das nur so einen Hausmeister? Ich schätze die, nee, ich schätze, die haben kein Hausrecht, ich schätze, die müssten dann den Hausmeister rufen oder vielleicht die Polizei, die dann sagt, ey, hört mal auf, hier rumzulungern und tschüss, irgendwie sowas. So denke ich es mir halt. So denke ich es mir. Vielleicht hat jemand mit juristischer Dings da Ahnung. Der Solmecke hört doch jetzt zu. Also ich würde mir sagen, in dem Schuppen damals, wie das damals aussah, haben die eher Hauspflicht. Das ist eher so eine Strafe, dort zu wohnen. Also heutzutage nicht mehr so, aber damals war es schon echt finster. Ja, das war alt und verwohnt und nur so im Seelenie gepflegt, ja. Guck doch mal, das ist doch auch mal schön für die Zuhörer, die jetzt hier so alte Nostarafu-TV-Insights bekommen, ja. Ja. Ey, das ist eigentlich total schade, weil das ist ja ein Stück weit ein Weltkulturerbe, was da zerstört wurde. Das Gelände, wo wir die Kamera immer drauf hatten, die drei Fahrstuhl, all das, das wird ja irgendwann ein Museum sein. Ja. Wenn wir es nochmal hochschaffen, was passieren wird, jetzt wo wir den Shorts-Kanal haben. Wollte ich gerade sagen, ja, noch habe ich keinen Shorts-Kanal, also ich habe einen Test-Shorts-Kanal. Ja, liebe Leute, ihr hört richtig, ich habe einen neuen Kanal erstellt, weil ich habe noch nicht genug und teste da jetzt Shorts hochzuladen. Die ersten drei haben zusammen schon 5000 Aufrufe, ohne dass ich irgendwas weiteres dazu gemacht habe. Also dieses Shorts-Ding funktioniert wahrscheinlich echt wirklich wie bei TikTok, dass da halt random Videos übelst gepusht werden, um dich so zu motivieren. Aber die Frage ist natürlich, wie, ja, wie langwierig ist das oder folgen die Leute auch rein und sowas. Genau, ich frage mich halt, ob das vollwertige Views sind, beziehungsweise werden da gleichermaßen Werbung geschaltet, sind das gleichermaßen potenzielle Patreons, werden das treue Kanals? Das passiert tatsächlich ab Januar. Dann kann man Shorts monetarisieren, was auch immer das heißt. Deswegen mache ich das allerdings nicht. Es ist nur eher so ein Ding von, ist halt dumm, das nicht mitzunehmen, wenn es da ist. Dann überlege ich aber, will ich nicht den Hauptkanal jetzt damit voll spammen? Dann überlege ich wiederum, könnte ich die Videos da hochladen, dass die quasi für Abonnenten nicht erscheinen, weil ich würde dann halt irgendwelche alten Videos reposten als Shorts auf dem Kanal. Die tauchen dann halt unter Videos nicht auf, sondern nur unter Shorts. Das heißt, selbst wenn man auf den Kanal geht, sieht man die nicht, außer man sucht explizit danach. Ja, das täte ja keinem weh dann. Genau, das weiß ich halt noch nicht, ob das funktioniert. Aber bisher mein Test, es ist halt einfach so relativ geringer Aufwand für eventuell doch irgendwie einen gewissen Mehrwert. Es ist ja auch schon einfach, es motiviert ja auch einfach, wenn Videos gut geklickt werden und so. Muss man halt sagen, wie es ist, auch wenn ich nie irgendwie gesagt habe, hier verbreitet das mal oder macht mal dies und macht mal das. Aber es ist ja trotzdem einfach eine schöne Sache. Ja, man kann es ja testen. Es wirkt natürlich die Gefahr, dass das Klientel versaut wird, dass wir halt, weil wer guckt Shorts? Ganz ehrlich. MadEye. Ganz schlimmer Mensch. Aber der sagt jedes Mal, wenn der da reingeht, ist alles nur Scheiße. Ist so. Also manchmal komme ich aus Versehen auf dieses Shorts-Ding. Das sind dann irgendwelche Leute, die ganz schnell irgendwelche, diese Tipps-Scheiße, Tipps, wie man lebt. So Müll halt oder dieses Hattisfying-Scheiß-Dreck. Wenn ich eine super heiße Frau sehe, komme ich auch aus Versehen mal ganz schnell in dieses Shorts-Ding. Ja, da komme ich auch in die, ja, verstehe ich, habe ich verstanden den Witz? Und deshalb, das sind doch meistens die Leute, die so eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch haben und immer in der Bahn sitzen und so hochscrollen, hochscrollen und der Feed ist einfach schon so lang von hier bis Sibirien, sage ich jetzt mal, als Beispiel. Vielleicht können wir über Sibirien auch mal ganz kurz gleich nochmal reden, aber mach erstmal weiter Hass-Tirate, bevor ich reinkrätsche und sage, dass deine Schwester ganz gerne mal Shorts guckt. Dass meine Schwester Shorts guckt, okay. Nee, was wollte ich gerade, wir hatten doch in Padumcasts auch irgendwie für Hass so eine Rubrik, wie hießen die nochmal? Für Hass? Na, wenn man sich aufregt. Das hatte doch einen Namen. Rent um euer Leben? Ja, genau, das war gerade ein Rent um euer Leben. Ja, Hammer. Äh, ja, also... Ich will nicht, also wenn meine Schwester ist wahrscheinlich nicht meine große Schwester, gemein, schätze ich. Ach stimmt, du hast ja noch andere. Ja, ist sie. Ja, der hat meines Erachtens auch unkonventionelles Internetverhalten. Ja, das stimmt. Ach, ich droppe jetzt nichts, aber ich finde zum Beispiel, dass man... Es ist egal. Mach mal, mach mal später. Okay. Also, was wir nicht später machen, ich muss das mal kurz thematisieren. Egal, das hat mit nichts jetzt zu tun, ja. Aber ich habe da eine zuschauende Person, von der kennst du mittlerweile die ein oder andere Story. Ja, ist immer witzig. Und ich hege halt den Verdacht, dass sie irgendeine Form geistiger Behinderung hat. Und ich hege den Verdacht, dass sie jetzt zuguckt. Nee, also weiß ich nicht. Also, ich kann damit nicht umgehen. Also, sprechen wir jetzt mal von einem Freund, von einem Freund. Wisst, wie es ist. Also, was mache ich da? Leute, jetzt an dem Empfangsbolzen, ja. Wenn man jetzt eine Person hat, die relativ aufdringlich ist, ja. Also, stell dir vor, ja. Stell dir vor, ich habe einen Freund von einem Freund von einem Freund. Und der hat eine Freundin und die macht Dinge im Internet und kriegt permanent von einem Typen so Nachrichten wie, ah, wir müssen uns endlich mal treffen und hier und da. Und du hast aber den Eindruck, dass diese Person geistig behindert ist, ja. Und noch dazu spricht die vielleicht nicht fließend deutsch, diese Person männlicher Natur. Also, was macht man, wenn man echt schlecht ist? Und dieser Typ sieht ein bisschen aus wie Opa Christolf. Ja, also, was macht man, wenn man sich richtig mies dabei fühlen würde, zu sagen, yo, geh mir mal bitte nicht auf den Sack. So, weil man halt wirklich den sehr starken Verdacht hegt, dass da irgendwie eine Behinderung vorliegt. Also, wie geht man damit um? Ich will da halt keinen verletzen, aber ich will mir diese Scheiße auch nicht antun. Also, ich finde zunächst einmal einfühlsam. Einfach mal zeigen, auch, dass man da ist für die Person. Hilfe anbieten, sich anbieten. Nein, 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 ich will nicht da sein. Das ist auch nicht meine Aufgabe, Alter. Leute wie du kotzen mich an. Ja, du hast doch selber gesagt, parasozial. Digga. Ich habe safe nicht parasozial gesagt. War das nicht du oder Jesse oder so? Oh ja, Jesse hat mir das Wort in den Mund gelegt, das kann sein. Ja. Weil ich habe sie gefragt, was das heißt und ich habe es inzwischen wieder vergessen. Naja, es ist aber so, das ist halt dieses Ding von, du siehst halt irgendeine Person im Internet und verfolgst die eine ganze Weile und das ist auch cool so, aber dann denkst du halt gleich, jo, wir sind best friends. Und genau so ist das halt. Aber nein, ist es nicht. So. Na, ist es doch? Nein. Doch. Ach, geh kacken. Und ich finde, da solltest du der Pflicht als guter Freund auch mal nachkommen und für die Person da sein. Ach, dein Schandlohl. Das ist der Ratschlag, den ich dir ans Herz legen möchte im Namen von Jesus Christus, weil der hätte das auch gemacht, wenn der Streamer gewesen wäre. Jesus wäre wahrscheinlich nicht mal Top 10 Streamer gewesen. Da hätten die ganzen Leute gesagt, mh, was war denn der für eine Scheiße. Nee, Jesus hätte sich aufs Panama-Insel gesetzt und erstmal geflennt. Hm, stimmt. Und dann eine Longboard-Tour gemacht. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, sicherlich. Okay. Ja. Ähm. Das also zu privaten Dingen. Die News der Woche. Ich habe so viele Themen vorbereitet, wir machen die ganze Zeit nur privat. Du hast richtig dich vorbereitet, es tut mir leid. Also Leute, jetzt 20 Minuten in, es geht los. Habt ihr euren Spotify-Rückblick schon schön in Social Media gepostet? Es ist höchste Zeit. Ja, ich verstehe nicht, warum Leute das machen. Das ist auch so dieses, ja doch, ich verstehe es. Das ist dieses Social-Media-Ding, von dem ich halt, seitdem ich es nicht mehr mache, viel höhere Lebensqualität habe, so. Also ob jetzt eine Masse von 100, 150 Leuten sich für ein paar Sekunden denkt, boah, das ist aber ein geiler Typ. Oder ich den Rest meines Lebens den Druck nicht mehr habe, dieses befriedigen zu wollen, dann nehme ich doch zweiteres. Also dieses, klar ist das manchmal, als wir auf irgendeinen Post, oder gut, bei Spotify ist das schlechtes Beispiel, was interessiert wirklich keinen Schwein. Aber dieses Geltungsbedürfnis im Internet nicht mehr haben zu müssen, das ist irgendwie toll. Ja, aber ich glaube, dass das auch schon, also das ist jetzt sehr pauschalisiert. Ich glaube, da kann man schon auch einen relativ gesunden Umgang mit haben. Kann man, kann man, es ist pauschalisiert und vielleicht trifft es auch nur 10%, ne? Ja, es sind wahrscheinlich mehr als 10%, aber... Ja, ich will jetzt hier auch gar keine Zahlen nennen, ob ich jetzt pauschalisiere oder 10%, meine Güte, jetzt sei doch nicht so. Das ist doch klar, was ich meine, Himmel. Du hässlicher. Auf jeden Fall hat die Zeit begonnen, Spotify-Rückblicke haben diese Woche unsere Social-Media-Kanäle geflutet. Meine nicht so sehr, weil ich folge eh nur Skatern und natürlich ein paar Leuten, die ich so privat kenne. Aber den ein oder anderen Rückblick habe ich auch gesehen, natürlich auch in der Oase. Die muss sich einkaufen, ganz so... Ich gucke hin und wieder in mein WhatsApp, in diese, in diese, äh, gibt es ja auch so eine Art Status. Ja. Weil da aus meiner Familie so ganz hin und wieder mal Leute irgendwie, wie sie im Park sind oder im Schnee mit den Kindern spielen oder irgendwas... Oder deine sterbende Oma, wie sie es heller wie postet, aber es völlig falsch schreibt. Alles schön, ich habe meine sterbende Oma nicht auf WhatsApp mit Verlaub. Ähm, weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Was hat das hier überhaupt zu suchen? Das ist mir jetzt so, die ganze Zeit. Es ist auch meine sterbende Oma und du hast meine sterbende Mutter hier reingeholt. Alter, deine Mutter ist, die lebt nur 30, 40 Jahre, jetzt habt ihr so verkehrt. Also jetzt, jetzt werden hier wirklich Apfel und Birne verglichen. Auch wenn du, auch wenn du diesen Satz hast. Hast du meine Mutter gerade Birne genannt? Ja, nee, ich habe deine Mutter Apfel genannt. Okay. Deine Oma hat ich mit Birne genannt. Hm. Äh, anyways, vergessen, worauf ich hinaus wollte, ist auch egal. Ja, du bist auf dem WhatsApp-Status. So, und da, äh, kriege ich manchmal mit, wenn da jemand irgendwie von den Leuten, die ich vor tausend Jahren mal an die Nummer gespeichert habe, äh, kennst du eigentlich noch von, äh, Ask.fm damals, kennst du das noch? Ja, sicher. Und da hatte der Machete immer viel Fragen gestellt. Ja. So, und dem habe ich irgendwann mal auf eine Gamescom oder so Nummern getauscht. Ich hatte auch mal Machete-Nummer, aber mit meinem Handy ist das verloren. Euro sind ja nix mehr zu tun, aber ich gucke manchmal seine WhatsApp-Stories. Ist da, ist da immer noch Zeug mit Rap und so drin? Äh, der macht auch manchmal so Analysen, glaube ich, von Filmen und so, aber vielleicht auch Rap, keine Ahnung. Filmanalysen postet er dann in seiner WhatsApp-Story? So Texte, glaube ich, wie er, wie er über Filme denkt, ja. Okay, vielleicht hat er auch einfach 2000 Kontakte in seiner Telefonnummer-Liste. Ja, ist eigentlich. Machete, wenn du zufällig zuschaust und zuhörst, kannst du gerne mal, kannst du gerne mal bei Facebook anstupsen. Geil. Oder gruscheln. Einmal reingruscheln, geil. Gut, also, kommen wir mal zum Hauptthema, würde ich sagen. Die heilige Drei-Scheißigkeit hat sich verbunden. Und die besteht aus Kanye West, Nick Fuentes und Milo, der hat so einen komischen Namen, Milo Bianabolopoulos. Irgend so was griechisches oder so. Warte, ich sag's dir gleich. Ich weiß es nicht. Okay, also, was ich mitbekommen hab, ist, dass irgendein maskierter Typ gesagt hat, dass Hitler irgendwie gut ist. Hitler. Hitler. Ich hab das jetzt geübt. Hitler. Nee, das war jetzt falsch, verdammt. Jetzt hab ich ganz Vorführeffekt. Milo Bianabolos. Bianabolos. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ähm, aber ja, im Zentrum steht natürlich Kanye West oder Yey, wie er jetzt genannt werden will und ich ihn nicht nennen werde, aus Disrespect ihm gegenüber. Also, ich sag immer Schwuler Fisch. Ja, Schwuler Fisch war in diversen Talkshows. Unter anderem bei Tim Pool, der so eine Art Joe Rogan ist. Weiß nicht, ob du den kennst. So in die Richtung, so ein bisschen. Und, ähm, zuletzt war er bei Alex Jones. Der sollte dir zumindest ein Begriff sein. Mhm. Schade. Nummer eins, äh, they turn the friggin' frogs gay, Verschwörungstheoretiker, äh, Sandy Hook Massaker an Grundschulkindern, das hat gar nicht stattgefunden und jetzt muss ich eine Milliarde Dollar zahlen als Strafe und so weiter und so fort. Bei dem in der Show war der und der hat neben Kanye West plötzlich richtig vernünftig gewirkt. Also, Kanye West taucht auf, es war natürlich, äh, das war jetzt das kulminierende, äh, Finale, ja. Davor, wie gesagt, war der in drei anderen Sendungen und hat schon scheiße gelabert. Und, äh, hier die Juden, da die Juden. Aber bei, bei Alex Jones, also da, 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 oi, 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 da ist es richtig eskaliert. Erstens war Kanye West, warum auch immer, in, in, Sturmmaske da, die aber, also, Sturmmaske hat ja eigentlich irgendwie so ein Guckloch, aber da war einfach nichts. Er hatte einfach eine, eine Kapuze auf, die komplett zu ist. Ein Moth-Suit vielleicht. Ja, irgend so was. So, und dann sagt er verschiedene Dinge und sagt so, ja, äh, ich find das schlimm, wenn man neben die Nazis immer das Wort Evil stellt und so. Und Hitler, ja, der hat das Mikrofon erfunden. Ein Mikrofon, Hitler hat die Autobahn erfunden, nee, Highways hat der erfunden. Mhm. Selbst höchstpersönlich die Route 66 hat der aus dem, aus dem Stein geklöppelt. Das ist ja auch Bullshit, ne? Weiß man ja, dass es, dass es vorher schon, selbst in Deutschland schon Autobahnen gibt, die wurden dann einfach zu, zu, äh, Landstraßen degradiert, damit alles, was Hitler baut, eine Autobahn ist. Ja, ja, also, es ist sehr viel Quatsch und, ähm. Aber Hitler hat das Schwanzibad gebaut. Mindestens. Ja, an unsere Weimarer Zuhörer, das ist schön. Hat er schön gebaut. Da arbeiten gute Leute und arbeiteten. Gut, und, ähm, dann sagt Alex Jones, der ja wirklich die, die übertriebenste Scheiße andauernd erzählt, sagt so, ja, aber du, nur um das mal klarzustellen, also, er gibt ihm quasi so einen, so einen Ausweg. Du, du magst ja Hitler eigentlich gar nicht so, du bist ja Designer und du findest die SS-Uniform so ästhetisch und so. Was, was überhaupt nichts mit dem Gespräch davor zu tun hat, aber er versucht ihm halt irgendwie das so hinzustellen, dass das nicht ganz so extrem wirkt. Und dann sagt er, no, there's a lot of things I love about Hitler. Das ist so, das ist jetzt schon ikonisch. Ich wünschte, ich könnte das bei Twitch einfach als Clip immer mal abspielen, aber ich glaube, es ist nicht Terms of Service freundlich. Ja, aber als ich, ich glaube, als ich es im ersten Mal gesehen habe, da dachte ich auch so, oh, das ist, das ist so ein Ding, das könnte Robin gefallen. Ja. Hitler. Ja. Du kannst ja mal diesen, äh, auf Tetris Melodie basierenden Song einmal ganz kurz anstimmen. Nee, mach ich, mach ich glaube ich nicht. Okay. Ah, Adolf H. war ein missverstandener Mann und so weiter und so fort. Das, das, das habe ich eine Zeit lang gemacht, ja, einfach irgendwelche komischen Adolf-Hitler-Sachen auf Melodien drauf zu machen. Und, äh, das hat dafür gesorgt, dass deine Schwester auf Arbeit davon Ohrwürmer hatte und die dann bisweilen vor Gästen irgendwie so leise vor sich hin gesungen hat. Boah. Das ist sehr witzig. Na gut, das passiert nun. Ja, also, ne, hätte Tinko dich jetzt aufgefordert, den zu singen? Ich glaube nicht. Nee. Zu singen, nämlich. Ja, und, äh, es gab noch sehr viel mehr, also, er hat dann zum Beispiel gesagt, no, 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 I love Jews, but I also love Nazis. Also, es ist wirklich ein, ein Bombenfest an Zitaten. Du, ich finde, der könnte vielleicht mal vermitteln. Ja, vielleicht könnte man da mal diesen Streit endlich mal schlichten, der da ist zwischen den beiden. Ja, dass man mal vielleicht zwei Stühle gegenüber sich stellt, da ein bisschen moderieren, dazwischen geht. Ja, mal einen Tisch setzen, einfach mal, weißt du, einen Tee, ein paar Plätzchen und dann mal gucken, wo sind die Differenzen, wo kann man sich vielleicht treffen. Ja, genau, und wo sind vor allem die, die einen, äh, ne, ich glaube, beide Parteien mochten Brot, ne, also zum Beispiel. Ja. Sagt man ja immer. Ist so. Und dann war, war dann noch irgendwie, äh, war das Spaß oder war mit Twitter noch irgendwas? Ich krieg das ja gar nicht mehr so richtig mit. Mit Twitter war noch einiges, er wurde dann tatsächlich, äh, geblockt. Mhm. Aber, ey, komm ich gleich zu, da war noch sowas anderes, warte mal, wie heißt denn der, ähm, Netanyahu, ne, das ist der, ähm, irgendwas, Premierminister von Israel oder so? Mhm. Ich weiß gar nicht. Was schadst du überhaupt, glaub ich, oder irgendwie sowas, ne? Ja. Mitglied des, mit, Mitglied des israelischen Knesset. Okay, ich hab noch nie was von Knesset gehört, aber Netanyahu. Knesset sind, glaub ich, solche Conflakes. Ja. Ja. Du bist dumm. Aber ähnlich dumm ist nämlich Kanye West in seinem, äh, Interview da mit Alex Jones gewesen. Er hat sich nämlich drüber lustig gemacht, dass der so einen lustigen Namen hat, der Netanyahu, in dem er ein, ein Netz dabei hat, das holt er so unterm Tisch vor. Und ein, ein Getränk oder sowas gibt's in Deutschland nicht, das heißt Yahoo, ja? Okay. Und er hat quasi ein Net and Yahoo dabei. Warte mal, wer, ich, ich hab grad immer noch den, den israelischen im Kopf, wer war der mit, wer hat den Witz gemacht? Kanye West. Warum haben die sich überhaupt getroffen? Nein, die haben sie nicht getroffen. Er hat, das ist ein Jude, weil Israel und so. Mhm. Und er hat halt einen komischen Namen, findet er, und deswegen holt er mitten in diesem Interview raus, haha, I've got you here, Netanyahu. Und dann fängt er aber an mit diesem, mit diesem, mit diesem Netz, mit diesem Fliegennetz, oder was das sein soll, so ein Schmetterlingsnetz, fängt er an zu reden. Oh ja, mhm, ja, I'm a Jew, und so, halt, das ist ganz, ganz übel. Okay. Der Mann ist krank, der Mann ist krank. Der krank ist einfach nur witzig, weißt du? Der krank ist so witzig, oder Tino? Ja. Nee, ich hab auch einen guten, pass auf, wenn's in Russland geht und die dortige Staatsführung, stellst du Monta auf den Tisch? Roding. Ja. Gag. Ja. Mich? Okay. Da könnte da gelättern, Yahoo mit Putin. Ja, Russia ist, äh, Russia, äh, NATO-Böse. Ja, ich hab ja vor drei Tagen, ich hab vor drei Tagen den Clip des Monats gekürt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da, ähm, ich glaub, der war von Dario Cooper, also Clip des Monats auf Twitch bei mir, ne, wer vielleicht Twitch nicht schaut, ähm, da werden ja immer Clips erstellt und am Ende des Monats schau ich mir die alle an und sag so, yo, hier, cool, cool, cool. Und, äh, der beste Clip des Monats ist dieses Mal von Dario Cooper, ähm, Putin im Kreml heißt er, glaub ich. Ist das das mit der Blonden, die so weint? Genau. Ja, der ist auch witzig. Es ist Nova von Seven vs. Wild, wie sie sagt, ich überlege jetzt die ganze Zeit einfach auf diesen Knopf zu drücken. Da ist ja alles vorbei. Und du so, oh. Ja, und meine Reaktion ist halt auch wirklich, als, als wäre jetzt, jetzt Putin am, am Atom-Knopf so, was? Jetzt schon? Oh Gott! Richtig gut. Nee, wir wollen noch, wir wollen noch zwei, drei Jahre kriegen, bevor Pudding da Ende macht. Ja. Dass sie sonst... Noch ein bisschen, noch ein bisschen so ein paar Butcheks irgendwie haben oder so. Nee, warte mal, Butcheks. Ups. Was sind denn Butcheks? Ja. Das ist jetzt auch nur wieder witzig. Also jemand, den wir beide sehr gut kennen, der heißt mit Nachnamen so, könnte vom Militär sein. Deswegen ist das gerade doppelt witzig für mich. Aber es ist wieder so ein Gag, den keiner versteht. Ich meine, eine Butcha. Ja, ja, ja. Wir wollen noch ein paar Butchas, bevor es schnell beendet wird durch Atomkrieg. Aber ich habe einen anderen Namen gesagt und das ist witzig. Finde ich eh makaber, dass eigentlich jede, jede befreite, größere Stadt irgendwie ein eigenes Butcha ist. Aber inzwischen ist das irgendwie zur Normalität geworden. Oh, schon wieder Falterkammer. Naja. Ja. Naja. Wir sind alle ein bisschen abgestumpft. Aber das ist halt leider so. Aber die Messer, mit denen wir uns bekriegen, sind zum Glück noch nicht abgestumpft. Da geht noch was. Ja. Zum Beispiel heize ich gerade nicht. Das ist meine Antwort auf Putin. Mach ich auch so. Der wird sich aber an den Kopf fassen. Ja. Wobei der, 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 ich glaube ja, dass, dass die Gaskrise zumindest für diesen Winter weitestgehend gelöst ist, ne? Also Speicher voll, obwohl schon geheizt wird. Alles cool, alles easy. Teuer halt. Habe ich die Woche auch, habe ich die Woche auch im Internet gesehen, dass Leute gesagt haben, jetzt, jetzt geht da Gasvorrat runter. Erstaunlich, oder? Wenn man das Gas verwendet, dass dann da Vorrat runter geht. Ach so. Wer, 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 in welchen Ton wurde das denn gesagt? Naja, so Katastrophe, Regierung, guckt mal hier, das Gas sinkt. Jetzt ist es nicht mehr bei 99,8 Prozent oder was? Ist ja schlimm. Nee, also das ist ja dafür da im Wesentlichen. Du kannst ja, ja, du musst dich, glaube ich, keinem erklären, dass das im Sommer gelagert wird und im Winter verbraucht. Gerade in Deutschland, um die Kurve mal wieder zu Kanye West und Hitler zu bringen, müssen wir, glaube ich, keinem erklären, wie Gas funktioniert. Ähm, denn der vorletzte Tweet von Kanye West ist ein Bild gewesen von einem David-Stern, in dem sich ein Hakenkreuz befindet. Ist er? Jay24, love everyone. Also er ist ja gleichzeitig auch Präsidentschaftskandidat für 24. Äh, Hashtag love speech als Gegensatz zu hate speech. Und, ähm, ja, also ein David-Stern mit Hakenkreuz, das ist, äh, das ist die Vision, die wir brauchen. Und dann, äh, auf, aufhin, daraufhin hat wohl Elon Musk ihn persönlich angeschrieben, hat gesagt, äh, schwierig gerade. Und das fand er dann nicht so gut. Und dann hat er ein Bild, ich hab's, glaube ich, in die Oase gepostet, hier hab ich's gerade nicht, ein Bild von Elon gepostet, irgendwie, hier, irgendjemand spritzt den mit Wasser voll auf so einer Yacht und er sieht da halt ziemlich dick und weiß aus, also unflattering, würde man sagen, wie sagt man auf Deutsch? Äh, das Gegenteil von schmeichelnd halt. Okay. Und hat drüber geschrieben. Unvorteilhaft, ja. Und hat dann geschrieben, äh, let's remember this as my final tweet. Und wurde dann tatsächlich, nachdem er das Free Speech ja immer groß angepriesen wurde, ähm, gebannt. Ja. Stellt sich raus, so ein kleines bisschen muss man vielleicht doch regulieren. Ja, äh, ich versteh auch nicht, äh, das ist irgendwie so ein Rätsel, das ich nicht kapier, also jetzt, jetzt noch eine Stufe davor, was denkt sich Elon gerade? Also heilige Scheiße. Ja. Und auf der anderen Seite wird er jetzt natürlich wieder total in die Schranken gewiesen, weil er wieder irgendwelche Sachen sich vorgestellt haben, die absolut nicht umsetzbar sind, ne? Wie zum Beispiel Free Speech auf Twitter. Ja, also das ist auf jeden Fall, muss ich sagen, ist eine Lose-Lose-Situation, weil wenn er ihn bannt, heißt es, haha, von wegen Free Speech. Und wenn er ihn nicht bannt, heißt es, bist du wahnsinnig, den noch da zu lassen. Ja. Also, äh, schwierig, aber ja, die Ursprungsprämisse, es sind ja auch jetzt irgendwie 50 der 100 Top, ähm, Werbeträgern auf, auf Twitter bereits abgesprungen, also Coca-Cola zum Beispiel und so, die machen halt alle keine Werbung mehr da. Äh, also die, die 100 Top-Dinger, die sonst die letzten Jahre immer waren, da sind jetzt nur noch 50 von da. Aber Elon ist ja eh Team Pepsi. Okay, ja gut, dann ist das ja verkraftbar. Äh, wenn wir mit, jetzt habe ich nämlich eine richtig geschmeidige Überleitung. Ja, mach mal. Hast du das, hast du das Semi-Truck-Release-Event gesehen? Semi-Truck? Nein. Äh, du kennst den Tesla Semi-Truck? Nee. Oh, ähm, der wurde vor... Also ist das dieses, der Cyber-Truck sagt mir was. Der Cyber-Truck, das ist dieser, dieser halbe Panzer da, die, mit den absolut unzerstörbaren Scheiben, glaube ich. Äh, die waren dann aber zerstörbar, ne? Boah, vielleicht. Gab's so ein, gab's so ein Video oder sowas, ne? Vor allem schmeißt Google dagegen, oh fuck, ist kaputt gegangen. Mach mal hinten. Bam. Auch kaputt. Nee, Semi-Truck war der Laster von Tesla, der E-Laster. Aber ist ein Semi-Truck nicht ein Nicht-Laster, sondern so ein, ach nee, das ist ein Pick-Up-Truck. Ah, okay. Auf jeden Fall der Tesla-LKW. Ja, ich google den jetzt hier gerade gegen, der hat ja, der hat hier eine gewisse Aerodynamik, aber von vorne sieht's aus wie ein Butt-Plug, seh ich gerade. Ja, okay. Weiß ich jetzt nicht. Gibt's bestimmt auch bald den Tesla-Semi-Butt-Plug, würde mich ja freuen. Ja. Ist, ist wieder cool. Also hätte jetzt Elon die ganze Twitter-Scheiße nicht gemacht und jetzt diesen Semi-Truck vorgestellt, hätten alle gesagt, boah, so ein geiler Typ. Hm. Und ich, wegen Pepsi, wenn ich richtig recherchiert habe. Hat er den selber gebaut. Der hat da selber mit Hammer und Meißel und Schraubenzieher. So wie Autobahnen bei Hitler, ne? Genau, und Schweinseebad hat der Hitler auch mit einer Schaufel allein ausgehoben. Ja. Und der erste ging wohl an Pepsi, dann noch welche FedEx, Walmart und so und die Dinger fahren wohl 800 Kilometer mit einer Ladung und 36 Tonnen und werden jetzt released. Dann kommen die aber nicht quer durch die Stadten mit 800 Kilometern. Ja. Dann muss man die ersetzen, oder was? Dann muss man die wegschmeißen und sich einen neuen kaufen, genau. Ja. So sieht's aus. Jetzt, wo du fragst, ja natürlich, das ist natürlich undurchdacht, ne? Fuck. Ja. Hm. Naja. Ja, okay, und das ist jetzt so das Ding, das ist halt einfach nur ein großes Auto, was mit Strom fährt oder hat das noch irgendwie, kann das fliegen? Das ist eine Zugmaschine. LKW-Zugmaschine. Ja, ist mir schon klar. Die komplett als Fuss fährt. Ja, aber ist trotzdem ein großes Auto. Ein definierer Auto, aber ja, sagen wir es so. Oh, okay. Naja, es kann ja sein, dass das jetzt noch irgendwie so ein Amphitheater, das ist ein Amphitheater. Das ist übrigens geil, das hat ein eingebautes Amphitheater, dann gehen so zwei Stützen runter und dann macht das, ich weiß nicht, kennst du Command & Conquer? Diese mobilen Baufahrzeuge, die dann so bzzz, bzzz, bzzz und dann hast du so ein Lager aufgestellt. Ja. So geht das und dann ist es halt nichts sinnvolles, sondern halt einfach nur ein Amphitheater, aber ey, es ist ein Feature, oder? Es ist ein Feature. Man könnte sagen, es ist die Wii U unter den Autos. Okay. Ja, doch. Ich war letzte Woche auch wieder Privatgeschichte. Stressig kannte Reggie Fiesarmee nicht. Alter, bester Name. Aber du kannst dich schon an den erinnern, oder? Na klar, das ist der Nintendo-Mann. Genau. Aber ich glaube, der USA-Nintendo-Mann oder so. Gewesen, ja, der dicke Lockige, der immer witzige Sachen auf der Bühne erzählt hat, wie my body is ready und so weiter. Und Nintendo Land ist a completely unique gaming experience. Mhm. Geil. Geh ich mit. So, also, neuer LKW ist jetzt draußen. Oh, falsch im Haus. Ist nicht noch irgendwas anderes draußen? Ach ja, Deutschland bei der WM. Ja, das ist raus. Aber ich glaube, das reicht auch, oder? Ja, also, wir hatten alle unseren Spaß. 2014 haben wir ja Finale vom Brandenburger Tor erlebt. Besser wird's eh nicht. Also können wir uns das mit der WM jetzt eh schenken. Wobei die FIFA tatsächlich überlegt, die WM an Nordkorea zu schenken. Das ist gar nicht so abwegig, sagte der. Ich glaube, auch wieder Gianni. Ist das jetzt ein Witz, oder ist das jetzt wirklich so? Nee, nee, er hat wirklich gesagt, er kann sich das vorstellen. Ja, macht ja auch Sinn. Also Russland, äh, äh, Katar. Russland, Katar, Nordkorea. Das ist eine logische Reihenfolge, ja. Wobei ich glaube, der Austragsort für die nächsten Jahre schon klar ist. Also es ist jetzt nicht so, dass die hier achten, nee, Quatsch, 26 nach, nach, Dings geht, oder? Ich glaube, es geht nach Amerika in der nächsten WM und deswegen sind die Leute auch alle so besonders so, wir müssen halt jetzt Katar mitmachen, weil Amerika, das können wir uns nicht entgehen lassen. Quasi, da will man sich jetzt nicht verscherzen. Mhm. Richtig dumm. Ja, und wenn ich richtig gelesen habe, Europameisterschaft ist jetzt hier, ne? Dann. Was, in, 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 in Großdeutsches Reich, oder wo? Im Großdeutschen Reich, ja. Von der Mars bis an die Mebel, von den Ärzten bis an die Welt. Geil. Glaube ich, oder so ähnlich. Müssen wir bis dahin mal wieder diesen Ballack einstellen. Schickt den rein, den Ballack. Ja, damit wir mal wieder gewinnen. Ja, der hat's geholt. Vor allem, der war doch dann, der war doch 14.000 auch nicht dabei. Nee, aber da hat man doch den Schweinsteiger, der hat doch geblutet im Finale. Ja, das war ganz witzig. Der wurde irgendwie in den letzten paar Sekunden wieder viermal gefoult oder so, aber ey, wir sind jetzt schon bei 45 Minuten, bei 40 Minuten, wir schweifen massiv ab. Nee, nee, wir sind voll on topic, wo wir gerade von blutenden Fußballern reden, ja. Ein 27-Jähriger, der den Sieg der USA im Iran gefeiert hat, wurde erschossen. Ja, was macht der auch für Sachen? Ja, unsportliches Verhalten, da hätte man erstmal mit der gelben Karte drohen können. Ja, so sukzessive, ne. Gelbe Karte, rote Karte. Gelbe Karte, rote Karte, tot, die Sau. Standrechtlich erschießen, ja. Ja. Ja, also gut. Iran sagtest du, ne. Ja, da passieren Dinge. Verwundert ja irgendwie auch keinen, ist ja auch einer der eher weniger westlich gerichteten Staaten. Boah, westlich ist immer gut, oder was? Entschuldigung, ich sag nicht westlich, ein weniger der freien Welt zugerichteten Staaten. Okay. Japan ist nicht westlich. Im Kopf schon. Hm. Na gut. Äußerlich noch nicht ganz. Ja, weißt du, wo Japan mal hinschielen könnte? Nach England. Denn die haben jetzt, äh, nach dem Brexit. Ja, da müssen sie echt weit schielen. Einmal quer durch die Erde durch. Aber die haben nach dem Brexit vielleicht jetzt mal eine gute Entscheidung getroffen. Denn 100 große, äh, UK Companies. Darf ich raten? Haben sich dafür entschieden? Ja. Die wollen, äh, auf Japan eine britische Kolonie. Ne. Ach, verdammt. Ganz Afrika. Nein. Nicht nur Japan, sondern ganz Afrika. Okay. Ja. Oh Gott. Nein. Ähm, Japan sollte da mal hinschielen, weil Japan so eine toxische Work Culture hat. Und, äh, diese 100 großen Companies in, äh, England, beziehungsweise United Kingdom, die haben sich jetzt entschieden, die 4-Tage-Woche einzuführen. Und, äh, viele, viele Tests, äh, oder, ja, also Pilotprojekte haben ja schon gezeigt, dass das in den meisten Firmen mindestens gleich bleibt von der Produktivität, wenn nicht sogar die Produktivität steigert, wenn es, äh, 4-Tage-Wochen gibt. Und jetzt passiert das halt im großen Stil in England. Und vielleicht schwappt das auch mal nach Japan rüber, dann haben die vielleicht auch nicht mehr so Probleme mit ihren Geburtenraten. Da haben die Leute mal wieder Zeit, wir 6. Ja, ich bin mir jetzt nicht um die Zustände aktuell in Japan, äh, bewusst. Ich weiß nicht, hab, wie, wie reguliert ist das da? Äh, Sozialsystem, 40-Stunden-Woche, machen die sowas oder sind die noch gar nicht? Ne, 40, 40 Stunden ist auf jeden Fall nicht. Also die haben irgendwie um die 60 Stunden. Und dann aber nach der Arbeit ist es noch quasi mehr oder weniger ungeschriebenes Gesetz, dass du mit den Kollegen halt noch irgendwie in die Bar gehst oder so. Jeden Tag? Mindestens. In die Bar? Naja, du musst nicht unbedingt saufen, aber es ist halt dieses... Ja? Ne, ich sag nur, wenn ich einen Tag vorher, äh, in der Bar war, also richtig in der Bar war und am nächsten Tag 12 Stunden, in Anführungsstrichen, arbeite, dann bin ich, glaube ich, mit der 4-Tage-Woche auch effizienter. Ja, ne, aber die schlürfen da ihren Sarke. Das ist ja jetzt nicht so, dass die da jedes Mal Koma-Saufen machen, aber halt hinterher noch mit den Kollegen Zeit verbringen. Ist irgendwie da auch ganz groß und da hast du halt keine Zeit für Tinder-Swipen oder so. Aber, äh, aber Sarkes schlürfen. Ja. Ja. Du weißt, dass du das für einen, der das nicht kennt, jetzt klingt, ne? Magst du gern Sarke? Nimmst du gern Sarke in den Mund? Bist du ein schwuler Japaner. So. Okay. Gut. Was hab ich hier noch offen? Ich hab hier doch noch sowas halb offen. Na, das Wichtigste, der Super Mario-Trailer. Hast du den mal angeguckt? Ja, hab ich. Und? Hat dir gefallen, was du gesehen hast? Äh, war... Werde ich wahrscheinlich gucken, den Film, aus Lustigkeit, weil ich mir Games-Filme halt angucke. Ähm, ich bin jetzt nicht ausgerastet und ich hab mir jetzt nicht so viel gemerkt. Hm. Hm. Aber also, ich weiß nicht, ob du denn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt hast. Ich auch nicht mehr. Hm. Ich schätze auf Englisch. Also, ich bin, was Super Mario betrifft, echt nicht gehypt so. Aber ich muss sagen, das sieht schon, das sieht jetzt nicht aus nach einem billigen, wir machen das jetzt mal. Ja, weil da gibt's Geld, das wirkt schon, als haben da Leute da richtig Bock drauf gehabt. Ja, das wirkt Bock, nicht nur das, aber halt auch Geld, ne? Also, das wirkt halt wirklich, als wär der Budget reingegangen und das halt auch ein vollwertiger Film, nicht so wie diese ganzen Mario-Filme aus 80er, 90er, die man immer als schlechte Beispiele nimmt. Das war aber jetzt bei Sonic und Detective Pikachu nicht anders. Jetzt ist da inzwischen der Markt, da spielt sicherlich auch ein bisschen Nostalgie rein und vor allem das Geld ist da jetzt, ne? Ja. Wir werden in Zukunft mehr davon sehen. Wann kommt Zelda, der Film? Zelda, der Film! Das ist dann Zelda Press of the West, der Film, da läuft man dann 30 Minuten nur irgendwo rum und macht irgendwas. Hm? Story. Kennst du diesen lustigen Post, dass es eine deutsche, also das ist, wie der deutsche, äh, Titel von Ocarina of Time geht? Nee. Da hat, da hat einer, also der Post ist, äh, ich hab rausgefunden, ich war, ich war in Deutschland und hab rausgefunden, wie der deutsche Titel von The Legend of Zelda, äh, Ocarina of Time ist. Und da steht einfach nur The Legend of Zelda, das Fluten-Duten. Okay, aber hä? Und je länger man drüber nachdenkt, desto witziger wird's, weil nämlich genau, hä, okay? Wo hat er das denn gelesen? Nirgends, er hat sich das selbst ausgedacht. Achso. Aber das ist so dieses, hm, wie könnte das auf Deutsch klingen, wenn das ein Deutscher machen würde? Na klar, das Fluten-Duten. Hm, doch. Durchaus. Ja, also ich, ähm, finde die Synchronstimme von Charlie Day als Luigi richtig geil. Der actet zwar nicht, klingt genau wie, wie er halt immer, äh, klingt, aber es passt so geil. Deswegen bin ich gehuckt. Also guck's dir an, ja? Als du's auf Englisch geschaut hast. Ich glaube nicht, dass ich dafür ins Kino gehe, aber vor der Spiele werd ich das schon schauen. Nee, ich glaube, ich geh dafür ins Kino, aber aus Meme halt Gründen. Also das war ja bei, wie gesagt, Detective Pikachu und zwar, also ich pack die so ein bisschen in einer Reihe. Also für mich sind das so die CGI-modernen Videospielverfilmungen, die auch was taugen. Und da zählt für mich rein Detective Pikachu und halt Sonic, äh, Bums? Der Hedgehog? Wo ich den zweiten Teil da auch nicht mehr geguckt hab, ehrlich gesagt. Ne? Und ich denke, das schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe rein, ne? Und deshalb werde ich's mir wahrscheinlich angucken. Es gibt so viele Sachen im Kino, die ich mir nicht angucke, weil sie mich nicht interessieren und da muss man sich ja wenigstens... Vielleicht, äh, schlägt auch bald mal so ein Kinofilm in die Kirby rein. Ja, vielleicht auch das. Hm. Ne? Vielleicht wird auch eigentlich mal Pommes verfüllt. Es hat geklingelt, vielleicht krieg ich ein Paket. Warte, ah! Okay. Professioneller Podcast, das ist mein Witz untergegangen. Ja, Pong wird verfilmt, versteht ihr? Egal. Gibt's bestimmt auch schon. Ähm, das kann ich auch verfilmen. Hallo? Äh, Mindsweeper, der Film. Gibt's auch schon, sicherlich. Gibt's noch? Fuck, ey. Wenn ich was nicht kann, dann alleine Dings reden. Ach, Gott, ey. Robert, mach hin. Lass mich nicht alleine. Äh. Ja, äh. Hast du performt oder sollst du das Ausscheidung? Ja, ich hab performt. Das war richtig lustig. Geil. Hier, Äste dranhängen, die von Abbrechen. Hab ich gemacht. Also, äh, das T-Kränzchen wurde nur um eins größer, leider. Das war kein Paket für mich. Was für T-Kränzchen? Ach so, der neue Freund von deinem Mitbewohner, ja. Ja. Egal, ähm, ich hatte ja eigentlich noch was aufgeschrieben für Tino, aber der ist jetzt nicht da. Der, diese Wednesday-Serie, die ist jetzt toll viral gegangen und da machen alle den Wednesday-Dance. Das hat nur den Vorteil, dass die Leute sich alle Zöpfe machen. Der Rest ist, äh, lustig. Ja, das find ich aber auch voll die wichtige Nachricht. Ja. Botschaft halt, dass Zöpfe irgendwie, das, das ist ja auch alles so männerdominiert. Zöpfe? Überhaupt alles. Und da find ich halt so ein paar Zöpfe einfach wichtig. Nein, es geht nicht um die Zöpfe. Die hat halt so ne Tanzszene, die Serie und jetzt machen die Leute das. Aber ist doch schön, wenn Leute tanzen, ist doch gut. Ach, ist das dann wieder so ein hier, äh, Wobble-Wobble, den man auch so kennt, wo man den Arm so rechts vorne, links vorne und so. Naja, das ist wieder so ein hochgepitchtes Lied. Und dann, I dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Und dann danzt man halt so, komisch. Uh, das ist wieder so ein Trend, wo ich ganz froh sein werde, dass ich den verpasse, schätze ich. Aber die Leute tanzen, jetzt sei doch nicht so ein Grumpy-Mann. Ne, ich bin jetzt hier mal ein Boomer. Ich gucke dann aus dem Fenster, lehne ich dann so auf dem Handtuch und sage, hier, das ist kein Borgplatz. Auf dem Handtuch, was du genutzt hast, um diesen Platz zu reservieren. Ah, mein Fenster, genau. Ja, was diese Woche auch noch passiert ist, da wird dir richtig die Unterhose weggeflogen sein, als du das gesehen hast. Naja Houston hat seinen neuen Part rausgehauen. Mhm. Hammer. Ja. Das war, das habe ich auf jeden Fall auch geguckt. Also da habe ich am Bildschirm geklebt. Aber kennst du Naja Houston eventuell? Das ist so ein Scum-de-Board-Fahrer. Der war mit elf schon Profi und hatte so ganz lange Rasterhaare. Vielleicht hast du ihn schon mal irgendwie gesehen. Selbstverständlich nicht, aber ich kenne Tony Hawks. Ja, im Tony Hawks Underground 2 war der auch mal drin, glaube ich. Shit, ich glaube, ich habe nur eins. Mist. Naja, aber der hat halt innerhalb von zwei Wochen zwei Parts rausgehauen und das ist super krass. Der wird wahrscheinlich Skater des Jahres. Wo, wo, wo mit dieser Weitwinkelkamera so weitwinkelig, dass man links die Haarfall rechts die Haarfall sieht und dann fährt er da so lang und dieses Skateboard ist so. Links die Haarfall, rechts die Haarfall, der Jebel schläft neben mir. Und dann kommt er so auf die Kamera zugefahren und dann ist das Brett so richtig nah wegen diesem Fischaube und dann so kuschelisch und dann ist es wieder so weg. Wie man auch Skatefilme so kennt. Tatsächlich, tatsächlich nicht und das habe ich auch direkt schon irgendwie an Friedrich und so geschickt, weil also der Shine On Part, der hat so geile Kamera. Das Skaten ist mir relativ egal, weil das für mich ist natürlich krass und beeindruckend und so, aber es ist halt relativ langweilig, weil man es mehr oder weniger alles schon gesehen hat. Aber die Kamera, Alter, da lecke ich mir die Finger. Es ist so geil. Es wirkt halt, du kannst ja mal die erste Minute oder so angucken. Es wirkt halt eher wie so ein Imagefilm, als so ein traditionelles Skatevideos. Ganz, ganz interessant. Ja, schick her auf jeden Fall. Geil. Ich habe noch ein paar Sachen von letzten Samstag, die glaube ich nicht zur Sprache gekommen sind. Ich wollte ganz kurz fragen. Bürgergeld ist jetzt durch alle Organe durch. Hatten wir das schon berichtet? Auch durch die Haut? Ja, nee, das ist Quatsch, was du hier erzählst. Okay. Nee, hatten wir glaube ich nicht. Ich hatte es mir aufgeschrieben und vergessen. Ist mir dann auch hinterher aufgefallen. Erst hat sich ja hier das eine Organ quergestellt. Genau, die CDU hat es ein bisschen scheißer gemacht. Also diese ganzen Schonfristen sind jetzt weg. Das angerechnete Vermögen ist jetzt verringert und so. Aber im Wesentlichen kommt es durch. Erfüllt jetzt natürlich nicht mehr ganz die Vision und ist jetzt dem Hartz IV wieder ähnlicher geworden. Aber anyways, ist es halt so, ne? Ja, aber kriege ich da jetzt Geld oder kriege ich da nicht Geld? Warum kriegst du denn da Geld? Wüsste ich nicht. Ich will Geld. Also es ist immer noch eine Sozial, äh, Dings. Musst du mal fragen? Also guck einfach. Sozialhilfe. Ist natürlich auch immer so recht viele Einzelfälle und so. Wenn ich Heizgeld bekomme, wäre auch schon okay. Bekommst du das? Ja, ich schon, ne? Wüsste ich nicht. Ich hoffe es. Weiß ich gerade. Aber du kriegst auf jeden Fall, glaube ich, den Dezember erstattet, wenn ich das richtig verstanden habe. Was? Ich glaube, den Dezember kriegen alle erstattet. Also der Abschlag, nicht den Verbrauch. Frohe Weihnacht. Aber muss ich auch nochmal genau lesen. Und ich glaube, es gibt da noch, es gab für Studenten mit BAföG 200 Euro und jetzt gibt es nochmal für Studenten und Azubis, egal ob die BAföG oder haben oder nicht, Anfang nächsten Jahres nochmal. Hm. Ja. Okay. Und dann gab es noch, dass die sich auf dem BER geklebt haben. Wurde das berichtet? Nee, tatsächlich nicht. So. Habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, ist gar nicht BER. Es war Schönefeld. Anyway. Also in Berlin auf dem Flughafen geklebt. Der Tempelhof. Der hat sich aufs Tempelhof auf Feld geklebt. Und das, 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 traue ich denen zu. So. Ich frage mich. Den werden wir zeigen. Hier fliegt jetzt kein Flugzeug mehr. Und sie haben sich durchgesetzt. Nee, aber ich frage mich wirklich. Es kann doch unmöglich, der Staat verpflichtet sein, die wieder abzumachen. Was ist, wenn man die einfach kleben lässt? Naja, das ist ja jetzt, glaube ich, jetzt nicht so unabmachbar, oder? Da gibt es doch bestimmt, nach einer Zeit geht das ab. Oder wenn man ganz doll zieht. Wenn du da ganz toll dran ziehst. Aber es tut ja weh, weil du klebst ja die Haut fest. Ja genau, also unter Schmerzen. Ich weiß nicht, ich kann es, also wahrscheinlich muss der Arzt dir helfen, weil er diese ärztliche Hilfepflicht hat, schätze ich. Aber wenn jetzt die Polizei einfach sagt, okay, du sitzt eigentlich, man kann um dich herumfahren, an dich verschwenden wir jetzt kein Lösungsmittel mehr, ihr drei könnt ja gehen. Wenn das so wäre, dann, ja, hieß es wahrscheinlich wieder Polizeigewalt, aber so rein theoretisch müsste es wahrscheinlich irgendwie gehen. Also, die haben sich ja auch auf den Flugplatz, oder was? Genau, und was mich halt verwundert, ist, dass so ein Flugplatz ja theoretisch... Auf die Stadtbahn auch richtig, oder wie? Ja. Erzähl erst mal. Dass das so, ja, ja, genau, auf die Stadtbahn, wenn ich es richtig gelesen habe. Und, ähm, was mich halt verwundert, die sind da auf, die sind durch den Zaun durch. Und ein Flughafen sollte ja theoretisch so gesichert sein, dass man halt, äh, nicht da irgendwie ins Flugzeug reingeraten kann, ohne dafür, weil ein Flughafen ist ja faktisch eine Grenze, ne? Und wenn du jetzt dich als Blinderpassagur irgendwie in den Gepäckraum schmuggelst, weil du auf die Flugbahn kamst oder so, würde mich das ja verunsichern, dass das überhaupt geht. Und die haben sich offenbar echt durch diesen Zaun da durchgeschnitten. Hm. Und, äh... Flughafen ist doch, äh, was ist denn das? Ist das wie bei einer Botschaft, dass das dann so ein, so ein Extra-Ding ist? Also wenn die, die, die iranische Botschaft in Deutschland ist ja irgendwie iranischer Boden oder so, so wie ich das verstanden habe. Oder ist das so international wie Gewässer, dass da quasi, da ist Piraterie noch legal, weißt du? Ich weiß es nicht genau, aber ich denke natürlich an sowas wie jetzt, äh, Afghanistan oder so. Da war ja der, der Flughafen auch so das Letzte, was noch, was noch halbwegs gesichert wurde und so. Ähm, aber ich denke nicht, dass es internationaler Boden ist. Ich weiß nur halt, dass das halt gesichert werden muss, weil das Flugzeug fliegt ja überall hin. Theoretisch. Deshalb, äh, war das ja ein bisschen verunsichernd. Ähm, was ist noch verunsichernd? Äh, hast du den, hast du die News über den Zustand der Bundeswehr? Ich weiß nicht, ob das von letzter Woche ist. Ähm, nee, da muss ich mal General Butcher fragen. Mach das mal. Äh, offenbar geht gerade so ein bisschen die Meldung rum, dass, äh, dass Muni alle ist. Muni? Ja. Naja, gut. Das heißt, es würde jetzt theoretisch ein paar Tage reichen, dann wäre halt alle. Und das ist natürlich besonders schlecht, weil wir eigentlich ein Land damit versorgen müssen, dass es sich gerade in einem akuten Krieg befindet. Also bringt natürlich nicht so viel, wenn man da jetzt die ganzen tollen Panzerhaubitzen hinschickt, die dann aber nicht, also, weiß ich nicht, was die damit rumschießen wollen. Steine. Na, dann kann man die wirklich zum Hauen nehmen, die Haubitzen. Ähm, ja, will ich sehen, aber, ja, kann man machen. Hm. Muss mal stark sein. Ich glaub, die... Ja, äh, und das ist jetzt auch leer, weil wir geschickt haben, oder was? Oder ist das so ein generelles Ding? Nö, ich auch, unter anderem auch, weil, wenn ich das, äh, unter anderem, weil das natürlich jetzt so, ja, seit 20 Jahren keiner mehr darum gekümmert hat, die Bestände mal so ein bisschen so zu gucken, dass die... Ich muss aber alles einen Auftrag geben, man kann nicht sagen, ich kauf jetzt Munition. Ich kenn da eine Wohnung in Schöndorf, da können wir ein bisschen Nachschub kriegen. Okay. Da ist das Problem gelöst. Da liegen so, so, so Artilleriegranaten rum, meinst du, im Keller? Das vielleicht nicht, aber... Schade. Munition, einiges. Ja, ich wüsste übrigens, äh, ich, ich, ich merke schon bei dem Thema, wie ich wieder so halbwissend bin, das nervt mich. Merkst du schon? Ich sag immer die ganze Zeit, äh, wenn ich richtig informiert bin, aber ich wurde jetzt wieder eine Stunde vorher von dir gefragt, Robin, ob ich Zeit hab. Ja, wenn Tino immer so spontan krank wird, weißt du? Ja, ist so. Äh, ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte plötzlich irgendwie eine Fleischwunde im Hals. Toll. Aua. Okay, gut, dann sag ich nichts. Ähm, hast du das mit der B21 mitbekommen? Nein. Ist das... Ich hab, ich hab überlegt, ob ich mal wieder ein Quiz mache. Achso, sag. Ist, ist das, äh, ein, ein Modegeschäft? Nein. Es gibt da das Forever 21. Ist das, ähm, eine Autobahn? Ähm, nein. Es ist aber auch, äh, Robin, ey. Autobahnen fangen mit A an, die Autobahn, wenn, dann wär's eine Bundesstraße. Ja, ich kenn doch, ich dachte, das ist wie, wie in Amerika. In New York gibt's ja die, die Avenues und die Streets und so, weißt du? Und die A's sind halt Nord, Nord, Süd und die B's sind West, Ost und so. Du hast, du hast noch nie auf eine deutsche Karte geguckt und festgestellt, dass das nicht so ist? Nee, ich fahr nicht Auto. Aber du guckst, du fährst, klar fährst du Auto, du fährst vielleicht das Auto nicht aktiv, aber es ist da drin. Ja, ey, da guck ich doch nicht auf die Straßenschilder. Da guck ich auf meine mitfahrenden Leute oder aufs Handy. Oder auf das Auto nebenan, wo eine Familie drin sitzt, ich weiß. Ja. Ähm, ja, Autobahn A und B ist halt Bundesstraße. Ich sag's nur, das hat mir meine Mutti erklärt, da war ich sechs oder so, aber muss ja nicht jede Mutti machen. Okay. Ich wollte eigentlich fragen, ist es, äh, A, ein, äh, Tarnkappenbomber, B, eine Covid-Variante oder C, eine Bundesstraße? Dann muss es vielleicht eine Bundesstraße sein, weiß ich nicht. Ich hab doch gerade eben gesagt, dass es keine ist. Hä? Ich denke, ich denke mit B. Du nimmst das, wo ich gerade gesagt hab, das ist es nicht. Du hast quasi, weil wer wird Billionär, ein Fifty-Fifty-Joker, wo C und D rausfällt und nimmst du D. Ja. Das ist doch auch sehr schlau. Naja, also dann ist das eine Covid-Variante. Aber ist auch falsch, es gibt jetzt einen neuen Tarnkappenbomber in den USA. Und zwar wird er hergestellt von Northrop. Toll. Und ich find witzig, weil Northrop klingt wie so ein Kaff im Ruhrpott. Hm, Bottrop, kenn ich. Bottrop oder Kastrop-Rauxel oder so. Aber die wird bestimmt anders ausgesprochen. So, das sind auch alle Informationen, die ich hab, die wurde vorgestellt. Super spannend. Weck mich auf, wenn es einen Tarnkappenbomber gibt, den man sich als Kondom überziehen kann. Und das letzte, was ich hab, ist, dass das 49-Euro-Ticket schon wieder verschoben wurde, weil die es mit der Finanzierung nicht hinkriegen. Da haben wir wohl doch festgestellt, dass es wieder 1,7 Milliarden Euro fehlen. Und Land will irgendwie, der hat das nicht. Und Bund will das nicht bezahlen. Und Christian Lindner sagt mir, der gibt kein Geld. Und das soll jetzt frühestens im Mai kommen. Land will, Bund will, Ur will, sag ich immer. Und das soll jetzt wohl erst irgendwie im Mai oder so kommen. Ja, weck mich auf, wenn das 49-Euro-Ticket 29 kostet. Ach du, ist das für dich ein Gegen? Ich glaub, egal. Also ich sag mal so, ein 29-Euro-Ticket würde ich mir vielleicht dann sogar überlegen, irgendwie, weiß ich nicht, jeden Monat zu holen. Und dann halt ganz viel Outdoor-Streams zu machen. 49-Euro-Ticket ist für mich maximal irgendwie einen Monat im Sommer eine Variante. Ja, aber wenn man jetzt schon sieht, wie die hier alle mit der Finanzierung rumnuggeln, dann denke ich, ist 29 noch in weiter Ferne. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie mal ein System gibt, das das ermöglicht. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn die Bahn mal renoviert ist, aber weck mich auf. Weck mich auf. Gut. Was wollte ich sagen? Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch möglicherweise dann irgendwann in Job-Tickets integriert oder in Studierenden-Tickets integriert, dass ich mir da voraussichtlich, glaube ich, keine Gedanken drüber machen muss. Ich schätze, das ist dann einfach mit drin. Das wäre halt ganz cool. Wobei ich, auch das 9-Euro-Ticket, das habe ich einmal gebraucht, das war um den Weimar Bus zu fahren. Alle anderen Strecken bin ich entweder Fernverkehr oder innerhalb von NRW gefahren. Da habe ich ja eh das Spielticket. Also ich habe das wirklich bis zum letzten Tropfen ausgekostet. Wo wir gerade beim Thema sind, der Sperm-Count weltweit ist in den letzten 50 Jahren um 62% gesunken. Wie wird der denn berechnet? Na, durch Tests. Nein, nein, also, was ist die Einheit? Spermium pro Mensch oder alle Spermien insgesamt auf der Welt oder? Spermien pro Ejakulation, keine Ahnung. Aha, okay. Pro Milliliter. Who knows, bin ich kein Experte für. Aber das ist auch so eine, mit einer Prise Salz genießen Nachricht, weil, also ich glaube, es wird halt getestet bei Leuten, die eh sich überprüfen lassen wollen. So, weißt du? Mhm. Und da weiß man nicht, okay, da gehen ja in der Regel dann auch Leute hin, die halt wahrscheinlich weniger haben. Aber trotzdem gibt es diese Tests halt schon eine Weile und die Zahl ist halt trotzdem gesunken. Also es gibt einen Trend. So, und es kann bisher nicht erklärt werden. Ach, wahrscheinlich. Aber, also es kann halt theoretisch, da es weltweit ist, nicht sowas wie Übergewicht sein. Das wäre dann vielleicht amerikaspezifisch oder, oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Gesundheitliches. Das schreit auch, das schreit auch nach Mikroplastik. Es schreit nach Mikroplastik oder anderen Chemikalienzeug halt irgendwie, was weiß ich, was im Essen drin ist. Genau, Gelumpe in der Luft. Ach, wahrscheinlich gar nicht mal im Essen, wenn das halt weltweit unterschiedlich ist. Aber wahrscheinlich, ähm, oder irgendein Dünger, der weltweit an mann gebracht wird. Irgend so was, ja. Ja, 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 ähm, theoretisch wieder eine Newswoman panisch werden müsste, aber ey. Na, noch, noch gibt's ja kein Problem, dass Leute schwanger werden. Also es gibt ja eh zu viele Leute auf der Welt. Ja, aber noch gibt's kein Problem, ist CDU-Sprech. Das stimmt. Wenn, also es gibt ja, äh, einen Film, einen sehr, sehr geilen Film, Children of Men. Da geht es genau darum, dass irgendwann die Menschheit plötzlich keine Kinder mehr kriegen kann. Äh, ich glaube, da war's aber von der Frau ausgehend, weil Frauen sind einfach schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ist auch egal, ist für den Film irrelevant, guter Film. Und, äh, vielleicht wird das ja doch in 50 Jahren jetzt nochmal drauf, dann Realität. Aber vielleicht haben wir dann auch andere Probleme. Aber hoffentlich. Mir fällt da jetzt nichts Konkretes ein, aber sicherlich. Ja. Aber gut, kann, kann gut sein, dass wir so viel Mikroplastik im Spörm haben, dass da nicht mehr so viele Spörmzellen reinpassen? Ich glaube, das war doch so, das erzähl ich immer wieder, wenn man aus Plastikflaschen trinkt, kriegt man große Titten. Weil in einigen, ähm, dieser Mikroplastik, ich glaube, Bisphenol A wurde da häufig genannt, in dem Stoffen, die diesen Kunststoff ausmachen, äh, äh, ähneln oder werden vom Körper ähnlich aufgenommen wie halt, äh, weibliche Hormone. Und ist natürlich klar, dass du dann, dass das der Spermaproduktion negativ, ich glaube, die haben jetzt an Fischen entdeckt, dass die Fische dann so Ansätze von, von weiblichen Organen oder irgendwie Wachstumsformen hatten und halt auch eine deutlich geringere Spermaproduktion. Ja, wie Kanye West, der, Gay-Fisch. Jetzt natürlich die Frage, ähm, es wäre natürlich interessant, das mal nach Kulturen und Ländern und so aufgeschlüsselt zu sehen, weil es kann natürlich auch einfach ungesunder Lebensstil sein, ne? kann auch sein, klar. Ungesunde Ernährung, zu wenig Sport und so, es wäre halt interessant, wie das ist mit Völkern, sag ich mal, die noch relativ am Jäger und Sammler dran sind. Hm. True. Gibt es das eigentlich noch? Ne, die meisten sind immer sesshaft. Ja doch, es gibt unterhalb von Indien, so schräg rüber, ist so eine komplett in Ruhe gelassene Insel, wo Kannibalen oder so auch drauf sind. Also da gab es mal so Expeditionen, die wurden direkt abgeschlachtet und gegessen und so. Robin, Euro, wenn du da hingehst und fragst, ob die mal einen Becher wichsen. Ja, mach ich. Zwei Euro. Vielleicht liegt in der Community einer was drauf. Okay. Ja, wir sind auch schon über die Zeit. Ich glaube, besser wird es auch jetzt nicht. Nee, ach, ich habe noch nicht richtig gefrühstückt. Na dann, ach nee, das ist ja, ach nee, ach nee, ach man, nee, dann mach dir mal ein Fresschen und dann schön. Bleib mal bei drei von zehn oder was gehen wir in der Woche? Okay. Die ganzen anderen Sachen sind jetzt heute leider weggefallen, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Wort der Woche oder so, weißt du? Kannst du ja mal anbringen. Wort der Woche? Mhm. Ich habe doch mit Tino jetzt eine neue Struktur mit so Rubriken und wir haben keinen Hitler vergeben, keine Schnecke. Was war denn das nochmal, was war nochmal die Schnecke? Die Holzschnecke ist halt für Leute, die langsam sind oder so. Leute, die langsam sind? Ich habe, also die genaue Bedeutung der Holzschnecke ist halt eine Abstrafung, weißt du? Mhm. Also Kanye West kriegt auf jeden Fall den viralen Hitler der Woche, weil anders geht's gar nicht. Und ja, die Holzschnecke, die Holzschnecke kriegt Infantilo, der wieder infantil ist und sagt, Nordkorea ist cool oder so. So machen wir's. Da habe ich mir jetzt nichts überlegt. Ja, Leute, ich freue mich über rege Diskussionen über den neuen Tarnkappenbomber im Chat. Ja. Weil überall, wo tsch, 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 tsch ist, ist halt cool. Für mich zumindest. Ja, die Ukraine ist gerade der Inbegriff von Coolness. In der Theorie, weil ich finde, da, ne, man ist ja dann doch irgendwie Mensch und hat keinen Bock, dass Leute zerfleischt werden, aber wenn die dann so rumfahren und dann so und so, das ist schon cool. Weißt du, es ist Dezember, da könnt ihr doch einfach, jetzt einfach mal Mensch sein, oder? Ja. Einfach mal Mensch sein zum Dezember jetzt. Und ich als Mensch? Tschuuu. Pfff. Pum, 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 pum. Du hast gerade dich schon verabschiedet, ne? Tschuuu. Tschuuu. Jetzt ist die Endcard, wenn ihr links drückt, kommen wir zum Brennpunkt, wenn ihr rechts drückt, auch. Hat euch der NostarapTV 20 Minuten Beitrag am Anfang gefallen? Ich höre es eh nicht mehr, die Musik ist so laut. Ja, schreibt es in die Kommentare und nicht wieder nur nice schreiben, ich will richtige Kommentare. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020